Es ist schön das Leben, es ist schön vor uns, so schreien wir links. Vorsehen, der menschliche Körper ist gefährlich für uns Viren und Bakterien. Kann böse zuschlagen, wenn er in Form ist. Achtung, Achtung, Alarmstufe 1, Invasion von Bakterien. Wer stört? Ich bin doch ein alter Mann und ich hatte so schön von Schäfchenwolken geträumt. Achtung, Aufruf an alle Polizeikräfte, bitte sofort an die Unglückstelle. Du, Kollege, ich sehe Arbeit für dich. Flux? Ja, Chef. Ich rufe die Erste-Hilfe-Truppen. Achtung, Achtung, Alarmruf an alle lymphozyteneinheiten. Das sind die bösen Saugmeister, die machen uns zu klein. Es geht mir schon besser.